Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge, wie immer zusammen mit Pater Karl Walner. Er gehört zum Stift Heiligenkreuz, unterrichtet dort Sakramententheologie, ist auch der Nationaldirektor der Päpsel-Missionswerke in Österreich und dafür verantwortlich für ein ganz großes Werk. Pater Karl, im Lukas-Evangelium wird der Kreise Simeon erwähnt. Er ist im Tempel, als Maria und Josef das Jesuskind in den Tempel bringen. Er nimmt das Jesuskind auf den Arm, sagt, meine Augen haben das Heil gesehen. Er erkennt, dass dieses Kind der Erlöser der Welt ist. Und so sind wir bei einer ersten Zuschrift. Sehr geehrte hochwürdige Herren, Herr Pfarrer Dr. Thomas Maria Rimmel, Herr Pater Professor Karl Walner, meine Frage. Ein begnadeter Mensch wie Simeon, dessen Körper unverwesst blieb, gibt ja eine Tradition, die das bezeugen möchte. Ein begnadeter Mensch wie Simeon erkennt den zu erwartenden von Gott versprochenen Retter des Volkes Israel und der Welt. Israel erwartete den Erlöser seit geraumer Zeit. Jetzt wird er erkannt. Warum geht diese Botschaft nicht in die Runde? Wie kann es sein, dass sich 33 Jahre später hohe Priester wie Annas und Kaiphas zu extrem gehässigen Menschen entwickeln, die die Wundertaten gemäß den Propheten, die über den Erlöser angekündigt sind, strikt ablehnen? Den angekündigten Sohn Gottes so hassen, ihn bewusst verleumden und von den Römern ans Kreuz schlagen lassen. Pilatus wollte Jesus gar nicht kreuzigen lassen. Was ist das für eine Verschlagenheit, die diese Priester an den Tag legten? Das Volk hatte doch offene Augen, die sahen, was am Kalvarienberg passierte, der Vorhang im Tempel zerriss. Weiterhin viel Segen und Freude in ihrem Wirken. Punkt, Punkt, Punkt. Also die eigentliche Frage, wenn ich das richtig verstehe, ist, warum Israel Jesus nicht als den Retter erkennt, obwohl wir doch am 40. Tag, als Josef und Maria Jesus in den Tempel bringen, um das Erstlingsopfer darzubringen, das feiern wir übrigens am 2. Februar, ihn als das Licht der Völker und die Herrlichkeit seines Volkes Israel schildert. Also das ist die große Frage, die auch Paulus gestellt hat, der ja aus dem jüdischen Volk stammt und ein Rabbiner war, ein Pharisäer, der eben jetzt mit Eifer das Gesetz befolgt hat, also ein Teil dieses wirklich religiös eifrigen und guten Judentums der damaligen Zeit war, die einfach durch das, was Gott ihnen gegeben hat, durch die Gesetzeserfüllung verfolgen, Gott ehren jetzt eben wollten, recht vor Gott sein wollten, gerechtfertigt vor Gott sein wollten. Und dann eben findet er zum Glauben an Jesus Christus, sieht in ihm jetzt eben die Gabe Gottes, der Sühne, der Erlösung eben, die von Gott her gesetzt wird, nicht das Gesetz rettet, die Erfüllung des Gesetzes, sondern eben jetzt Gott selbst rettet. Und er interpretiert dann im 9. bis zum 11. Kapitel des Römerbriefes diese ganze Geschichte so, dass eben jetzt Gott Israel erwählt hat und durch die Nichtannahme, also er spekuliert dort sehr stark jetzt eben, weil ihn diese Frage einfach bewegt. Warum hat dieses Volk, von dem wir bis zum heutigen Tag ja sagen müssen, es ist das erst erwählte Volk und Jesus stammt aus diesem Volk und ohne das, was er diesem Volk gegeben hat, das Gesetz, der Tempelkult, die Sühnopfer und so weiter, könnten wir Jesus gar nicht verstehen als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt. Und Jesus stirbt ja auch nicht irgendwo, er stirbt in Jerusalem, er stirbt nicht irgendwann, er stirbt zum Fest des Lämmerschlachtens, nämlich zum Paskerfest, das zugleich das Fest der ungesäuerten Brote ist der Mazot. Er schenkt uns jetzt eben die Eucharistie durch das Zerbrechen eben jetzt dieser ungesäuerten Brote der Mazot und durch das Trinken eben jetzt des Rotweins, der dann zu seinem Blut jetzt eben wird. Also wir könnten ohne Israel das Heil nicht verstehen. Und Paulus endet dann am Ende des 11. Kapitels in einem Ausruf, weil seine Spekulation ist am Ende. Oh, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Oh, unfassbare Größe Gottes. Also er endet in einem Ausruf der Unfasslichkeit der Weisheit Gottes, weil wir es letztlich nicht verstehen können. Zumindest können wir es nicht logisch analysieren, eben jetzt in eine logische Stringenz bringen, dass das erste erwählte Volk sich jetzt dann über weite Strecken dem Heiland, dem Erlöser Jesus Christus verschlossen hat. Es gibt dieses Lied, das auch Johnny Cash gesungen hat. Ich sage es gleich auf Deutsch. Wo warst du, als sie meinen Herrn gekreuzigt haben? Wo warst du, als sie ihn ans Kreuz genagelt haben? Dann heißt es immer wieder, oh, manchmal lässt es mich erzittern, erzittern, erzittern. Der Gedanke, der dahinter steckt, ich war mit meinen Sünden, auch dort, als sie es gekreuzigt haben, das als Hinführung zur nächsten Zuschrift. Lieber Papa Karl und Pfarrer Rimmel, danke für Ihre interessante Stunde des Seelsorge. In der Welt gibt es immer irgendwo Kriege, Hungersnöte und Katastrophen. Auch kenne ich niemanden in meiner Familie und im Freundeskreis, der nicht mindestens einmal im Leben mit einer schlimmen Situation fertig werden musste. Auch ein Pater aus Heiligenkreuz sagte bei der Mittagsmesse, das Leben sei ein Kampf. Aber niemand spricht davon, dass wir die Menschen doch Jesus töteten, nachdem sie ihn folterten, anspuckten und am Kreuz ihm diesen grausamen Erstickungstod zumuteten. Deshalb ist es doch erst eine Liebe Gottes, weil er verspricht sogar deshalb uns, wenn wir ihm nachfolgen, das ewige Leben. Oder, vielen Dank für Ihre Antwort, viele liebe Grüße. Also, was dahinter steckt, ist natürlich Theologie. Also, was Jesus tut, ja, er ist ja der Mensch gewordene Sohn Gottes in dieser Einmaligkeit. Das entspricht zugleich einer Allmaligkeit. Paulus wird im fünften Kapitel des Römerbriefes sagen, Pantheshemartesan. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und so wie die Passionserzählungen uns das bringen, sündigen tatsächlich alle Weltstände an Christus. Hansus von Balthasar unterscheidet drei Weltstände, nämlich den Weltstand der Suchenden. Das sind die Heiden. Die bleiben immer in der Suche. Die suchen nach dem Göttlichen und so weiter. Das sind die Esoteriker. Das sind die, die Wege der Weisheit beschreiten. Das letzte Wort des Heiden, Pilatus, deshalb beim Verhör gegenüber Christus, wird auch eine Frage sein. Was ist Wahrheit? Also, es bleibt immer offen. Also, man sucht immer. Bleibt immer keine Antwort. Und dann gibt es den zweiten Weltstand. Das sind die Juden, die erkannt haben, dass Gott sich ihnen nähert. Die auch das Gesetz haben, aber sich darin jetzt eben fixieren. Wir haben ein Gesetz. Und nach diesem Gesetz muss er sterben. Wegen Gotteslästerung, wie man im 8. Kapitel bei Johannes nachlesen kann. Du machst dich zu Gott. Also, das nicht annehmen können, wie soll ich sagen, der Erfüllung der Offenbarung. Und deshalb sind die Juden eben auch etwas Besonderes. Also, sie sind das erwählte Volk und bleiben es immer. Also, das ist eben auch wirklich wichtig. Das Judentum steht für uns Christen nicht auf derselben Ebene wie die anderen Weltreligionen. Das muss man ganz eindeutig sagen. Weil wir sind aufgepfropft, so sagt Paulus im Römerbrief, auf dieser Wurzelstamm, den jetzt eben Gott selbst gepflanzt hat. Und das ist das Judentum. Der Erstgeliebten jetzt eben Gottes. Und was Gott gibt, ist nicht ein anderer Bund, sondern er gibt einen neuen Bund. Und die dritte Gruppe derer, die sich an Christus versündigen, das sind wir. Das sind nämlich in Gestalt der Apostel. Derer, die Christus schon erkannt haben, sogar in seiner Herrlichkeit. Es wird ausdrücklich geschildert, wie die drei, die Jesus da mitgenommen hatte auf dem Tabor, die ihn in seiner Göttlichkeit gesehen haben. Petrus, Jakobus, Johannes am Ölberg dann schlafen. Das sind dieselben drei, ja. Und dann geht es weiter in den Verrat. Gerade der erste Papst, nicht Simon. Der Fels ist ihm gesagt worden in Matthäus 16, wird dann einfach feig Jesus verraten. Also dieses Feigsein gegenüber dem Ganzen, also diese, die erbärmlichste Form von Sünde, die gegenüber Christus in seinem Leiden geübt wird, ist eigentlich die der Christen, der damaligen Christen jetzt eben. Und so erfüllt sich eben dieses Wort von Paulus. Alle haben gesündigt, werden in die Sünde hineingenommen, weil Christus die ganze Welt Sünde ans Kreuz trägt. Das sagt der Täufer schon in Johannes 1, 29, seht das Lamm Gottes, dass die Sünde des Kosmos jetzt eben weg trägt. Also alles wird hier theologisch zusammengefasst. Und zu diesem Schreiben, natürlich sind es einzelne Menschen in einzelnen konkreten Situationen, die sich hier austoben. Aber es geht nicht um einen Justizmord in der Geschichte, sondern es geht um den Justizmord und um das Verbrechen und um das Feigewerden und um das Verraten eben jetzt und um das Abladen eben jetzt der Weltsünde auf diesem Lamm Gottes, das uns da in den Passionsgeschichten erzählt wird. Also das ist nicht die Erzählung von einer tragischen Kreuzigung und einer tragischen, von einem tragischen Lebensschicksal, sondern im Lebensschicksal Jesu Christi, tobt sich gleichsam die ganze Welt Sünde aus, wird ans Kreuz getragen, ausgelitten und dann in der Auferstehung kommt die von Gott gesetzte große Versöhnung, der Schalom, also der Friede, der Friede zwischen Gott und den Menschen durch die Versöhnung, die Christus am Kreuz gewirkt hat. Sehr geehrte Geistlichkeit, Pfarrer Rimmel und Pater Karl, Jesu letztes Wort am Kreuz, bei Matthäus und Markus ist es mein Gott, mein Gott, Eloi, Eloi, lama sabachthani, bei Lukas, Vater in deine Hände und bei Johannes, es ist vollbracht. Da aber nur Johannes dabei war, nehme ich an, dass das das Richtige ist. Viele Grüße, Ihre Punkt, Punkt, Punkt. Also diese Kategorien Richtige und Falsche, das ist ein Unsinn. Die Evangelien berichten uns, was sie als Augenzeugen damals wahrgenommen haben, erzählt haben, wie, was, wann und so weiter, ist egal. Das, was hier kondensiert ist in den Heiligen Schriften, ist der Bericht über das aus dem Glauben der Kirche, wie sie es wahrgenommen haben. Also wir können keine kriminaltechnischen Untersuchungen machen, warum gerade Markus und Matthäus so schreiben, dass das sehr, sehr authentisch ist, sieht man daran, dass sie sogar berichten, dass es zu einem Missverständnis der Umstehenden kommt, weil Eloi, Eloi, das heißt mein Gott, mein Gott, das klingt nach Eli und da wird dann eben missverstanden, dass er nach Elia schreit, wo die Juden erwarten bis zum heutigen Tag die Wiederkunft des Elia. Und er meint aber Gott, mein Gott und so weiter. Was hier geschildert wird, ist die Verlassenheit jetzt eben des Sünders, die der Mensch gewordene Sohn Gottes jetzt eben trägt. Ganz wichtig eben bei Markus und Matthäus. Und alle Evangelisten schildern, deshalb haben wir auch sieben Worte Jesu am Kreuz. Ja, und nicht nur eben diese beiden, dieses Verlassenheitswort, das Matthäus und Markus. Wir haben sieben Worte am Kreuz. Alle schildern das aus einer anderen Perspektive. Also bei Johannes ist das Steigen ans Kreuz schon die Thronbesteigung des Lammes Gottes. Also der König steigt ans Kreuz, besteigt den Thron, gießt dann die Gaben von Blut und Wasser aus, übergibt eben jetzt der Kirche, übergibt Maria der Kirche, dem Jünger, das Priestertum und so weiter. Also das ist hochtheologisch dargestellt bei Johannes. Und er ist schon, dann haben wir in der Apokalypse dieses Lamm, das dann thront, wie geschlachtet. Und das wird auch dort schon so geschildert. Oder eben jetzt bei Lukas. Lukas ist, für den ist Jerusalem alles. Und alles geht nach Jerusalem. Und Jesus ersetzt den Tempel. Deshalb reist bei Lukas der Tempelvorhang in zwei. Und das Ganze wird eben jetzt als ein, wie soll ich sagen, in deine Hände lege ich meinen Geist. Also jetzt dieses sich übergeben Gott dem Vater, jetzt wird das letzte Opfer, ist jetzt vollzogen und so weiter, übergibt sich dem Vater. Und dadurch ist jetzt eben der Tempelkult obsolet. Weil der neue Tempel, das steht wieder bei Johannes, das ist eben jetzt Jesus Christus in Person, wo wir Vergebung der Sünden und Zugang zu Gott jetzt eben bekommen. Der Vorhang des Tempels ist zerrissen. Der Zugang zum Allerheiligsten, also zum Herzen Gottes steht uns offen. Dieses Herz wird aufgestoßen im Johannesevangelium. Also die ganzen Passionserzählungen schildern Geschichte, aber eben mehr als Geschichte, sondern den theologischen Inhalt, der in diesem ganzen Geschehen steht. Und der ist sehr wichtig, weil hier geht es um dich, um mich und um all die Milliarden Menschen, die je gelebt haben, leben und leben werden, weil es ist eine universelle Erlösung, die Gott hier in der Hingabe seines Sohnes gesetzt hat. Bis Johannes 3,16 eben heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für sie hingab. Ein Wort Jesu am Kreuz war ja auch an den guten Schächer gerichtet. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Papst Franziskus betont immer, der wurde nicht von einem Papst heilig gesprochen, sondern von Jesus selber. Und es geht eben darum, dass der das Ziel erreicht hat, nämlich in den Himmel zu kommen, mit Christus auferstehen wird. Sehr geehrte Herren Pfarrer Rimmel und Pater Walner, ich sehe Ihre Sendung nicht regelmäßig, sondern eher nur zufällig. Wenn ich sie zur richtigen Zeit zufällig einschalte. In einer Sendung sagten sie, Pater Walner, dass sie sich auch über kritische Anfragen freuen würden. Es geht um die leibliche Auferstehung. Warum soll mein Körper, Leib, nochmals auferstehend zurückkehren, wenn meine Seele schon bei Gott ist? Hat hier Paulus uns in seiner Unwissenheit etwas versprochen, nur weil eben Jesus auferstanden ist, wie immer dies auch geschehen ist? Ich weiß schon, dass die Auferstehung Jesu der zentrale Punkt in unserem Glauben ist. Für mich ist das Geschehen ohne wie eben Dogma. Aber ob wir deshalb ebenfalls auferstehen sollen, werden, obwohl jeder weiß, dass dies physikalisch gar nicht möglich ist, weil das Proteinfleisch zerfällt und mit den morschen Knochen sicher niemand herumlaufen wollen, wird noch dazu seelenlos, wenn diese im Himmel bei Gott ist. Hatte Paulus gar die Vorstellung, dass wir wie die Regenwürmer aus unseren Grabstätten wieder hervorgriechen werden? Für mich ist die Auferstehung ein mentaler Vorgang. Meine theologische Begründung liegt bei Matthäus 8, 19 bzw. 8, 21, wo ein Schriftgelehrter ihm Jesus folgen möchte, wohin er auch gehe. Ein anderer seine Jünger zu ihm sagte, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. Für mich bedeutet dies, wer die Botschaft Jesu hört und sie auch befolgt bzw. zumindest versucht sie entsprechend zu befolgen, ist ein bereits Auferstandener. Und wer auf den jüngsten Tag wartet, ist ein Toter. Punkt, Punkt, Punkt. Das aus einer längeren Zuschrift. Also da ist einiges nicht ganz falsch, aber einiges ist eine grauenhafte Vorstellung. Also wo kommt denn das her? Wer hat je gepredigt darüber, dass wir mit diesem Leib auferstehen? Also es geht um den verklärten Leib. Wenn wir Jesus anschauen, der wird nicht erkannt, der hat sich etwas getan. Das ist nicht materiell dasselbe Leib. Also das wäre ja auch wissenschaftlich ein Unsinn. Also unsere materiellen Elemente, die bleiben zurück. Aber eben jetzt, wir haben den Mittelweg zwischen dem, was wir in den Kulten, vielen Kulten finden, zum Beispiel, warum hat man die Pyramiden gebaut und dort jetzt eben die Pharaonen gesalbt und so weiter, weil man wirklich geglaubt hat, das geht dann körperlich irgendwie weiter. Oder die Griechen hatten die Vorstellung, dann hat man denen Münzen auf die Augen gelegt, den Toten, dass sie dort die Überfahrt über den Acheron jetzt eben zahlen können. Also da hat er so komische Vorstellungen, die doch sehr primitiv sind. Und die steckt hier auch ein bisschen dahinter. Das Zweite ist dann das Östliche, das Geistige, wo ja der Leib eine Belastung ist. Und dann ist man endlich den Leib los und dann gibt es die Vorstellung, die Seele switcht in den nächsten Leib und eigentlich die östliche Vorstellung ist, dass man diese Leiblichkeit irgendwann ganz los wird. Also die wollen nicht wiedergeboren werden im Osten, sondern das ist die Geistigkeit, ist alles. Hans Urs von Balthasar sagt, Geist gibt es ganz viel in allen Religionen, aber eine leibliche Auferstehung, das gibt es nur bei uns. Und leiblich heißt eben nicht, dass es dieser physische Leib ist. Also ich bin jetzt doch schon einige Jahre, auch von den Molekülen baut sich unser Leib ja dauernd um. Also solche materialistischen Vorstellungen, die sind uns völlig fremd. Ja, also wir kommen auf die Idee, was war denn mit den Regenwürmern? Das ist auch Unsinn. Das ist ja grauenhaft. Zu viele Gruselfilme gesehen. Also so müsst ihr euch und dürft ihr euch das bitte nicht vorstellen. Paulus, der hier immer wieder zitiert worden ist und merkwürdigerweise kritisiert worden ist, der wird selber gefragt, ich glaube im zweiten oder im ersten Korintherbrief ist das, wird er gefragt, wie werden die Toten wiederkommen? Wie werden die Leiber beschaffen sein? Also offensichtlich ist das eine Frage, die schon im ersten Jahrhundert, also die Gläubigen umgetrieben hat und nicht nur jene, die an den Pfarrer Riemel bei Kattefalsdeben schreiben. Und er antwortet dann, naja, man merkt, er redet auch herum, weil Verklärung nicht erklärbar ist. Verklärung ist verklärbar. Wir glauben nur, dass wir mit dem Leib auferstehen und der Leib ist das Instrument unserer Geschichtlichkeit. Ich bin an einem gewissen Punkt im Jahre 62 aus der Liebe meiner Eltern entstanden. Am 24. Februar bin ich dann geboren worden, 1963. Und jetzt geht es so durch die Geschichte hindurch. Ich trage an mir Gutes, das ich durch meine Geschichtlichkeit gesammelt habe. Ich habe auch manches an Blödsinn gebaut in meinem Leben. Aber das alles wird mitverklärt. Also Geschichtlichkeit wird nicht abgestreift, weil der Leib ist jetzt genau das Instrument, durch das ich in der Geschichte bin, und Geschichtlichkeit einsammle. Und das ist auch mit gemeint. Es ist nicht alles, was wir an der Auferstehung des Fleisches jetzt eben meinen. Aber das alles bleibt erhalten. Der Heiland hat seine Wunden, aber die sind verklärt, wie er aufersteht. Die sind nicht abgestreift. Also der hat verklärte Wunden. Das heißt, das, was er an Negativen in der Geschichte bekommen hat, das ist dann plötzlich strahlend, leuchtend, schön und so weiter. So wie Jesus sagt, wie ihr euch, die jetzt lacht, ihr werdet weinen, selig, die ihr arm seid, ihr werdet euch freuen und jubeln. Also da dreht sich dann auch alles um. Und das ist letztlich mit gemeint. Also noch einmal, also bitte verabschiedet euch von solchen primitiven Vorstellungen. Wir halten fest, die Auferstehung des Fleisches ist nicht primitiv, ein materialistisches Weitergehen dieser Leiblichkeit. Also dass wir so wie Zombies dann wiederkommen. Also wie ich es da rausgehört habe. Bitte nein, um Gottes Willen. Das ist ja furchtbar. So möchte ich absolut nicht auferstehen. Und zugleich eben jetzt auch nicht so, dass wir dann völlig rausgehen aus unserer Geschichtlichkeit und völlig ahistorische, ewige Wesen dann eben werden. Nein, sondern wir werden mit unserer Ich-Identität und auch mit dem, was wir in diesem Leben durch unsere Geschichtlichkeit, Leiblichkeit jetzt eben erlebt haben, als solches verklärt werden. Und besser kann ich euch leider die Verklärung nicht erklären. Aber bitte lebt so, dass ihr das erlebt und dass wir uns alle im Himmel wiedersehen. Liebe Priester, das Seelsorgeteam mit Pfarrer Rimmel und Pater Wallner wie wunderbar und segensreich. Ich weiß, keiner ist nach dem Tod zurückgekommen. Meine Frage, wenn wir wieder in unseren Leib zurückkehren, ist es da vielleicht besser, dass wir uns nach dem Tod nicht einäschern lassen. Deshalb Erdbestattung? Nein, 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 nein. Wir kommen ja nicht in diesem Leib wieder. Entschuldigung, was ist denn, was ist denn, wenn jemand, es hat doch auch nicht jemand weniger Seele, wenn in meinem Bein amputiert wird. Oder solche Vorstellungen. Was sind denn das für Vorstellungen, dass wir in diesem Leib wiederkommen sollen, um Gottes Willen. Er wird verklärt werden. Die Reliquien von Heiligen, wo wir auch eben Knochen und so weiter, jetzt eben, die erinnern uns daran, dass hier wirklich jemand geschichtlich gelebt hat. Also da ist etwas Materielles vom heiligen Karl Borromeus oder im Altar in der Lichter Völkerkapelle bei uns bei Missia, wo ich immer meinen Altarkuss draufgebe. Das sind Reliquien von dem mir so heiß geliebten Papst Johannes Paul II. Aber das erinnert daran, dass jemand wirklich in der Geschichte war und jetzt hinübergegangen ist in diese Verklärung jetzt eben bei Gott, aber doch nicht beim jüngsten Gericht, dass da dieses Haar oder diese Haare da, es sind Haare von Johannes Paul II., dass die dann eben jetzt zusammengefutzelt werden. Also das, nein, bitte nicht. Und einäschern ist dasselbe wie Erdbestattung. Es ist in unserer Kultur und ich weiß, dass das für viele ein Thema jetzt eben ist, in unserer Kultur eben jetzt ist die Erdbestattung üblich, aber wir haben schon eine sehr starke katholische Kirche zum Beispiel neben uns in Ungarn und in Ungarn sind 95 Prozent der Begräbnisse Urnenbegräbnisse und die sind genauso katholisch und bei uns. Also es ist eine Geschmackssache und ich sage allen, du bist ganz frei. Das ist wirklich dein Feeling. Also ich möchte auch, dass mich meine Mitbrüder im Sarg herumschleppen, ja. Also so, wie es seit 900 Jahren in Heiligenkreuz üblich ist, ja. Und die sollen da auch nur schnitzen und keuchen, wenn sie sich dann in die Kirche jetzt eben tragen, ja. Also ich kann mir es auch nicht vorstellen, dass ich mich jetzt eben einäschern lasse. Und das ist genauso. Also ich habe ja auch Fälle gehabt, wo mich Leute dann skrupulös oder mit Bedenken gefragt haben, ob sie ihren Leib jetzt eben der medizinischen Forschung übergeben können. Auch das ist moralisch absolut nicht verwerflich, ja. Sondern da leistet man der Wissenschaft, der Medizin auch einen Dienst, nicht. Also das sind alles so Themen, da müsst ihr euch ein bisschen frei machen, weil das hat mit dem Glauben nichts zu tun. Das ist eher eine kulturelle Prägung, die wir hier haben. Aber bitte sei frei, ja. Also wenn für dich Einäscherung eben nicht, aber es hat mit der Auferstehung, hat das gar nichts zu tun, was dann nach dem Tod mit unserem Leib jetzt eben passiert, ob der eingeäschert wird, ob denn die Würmer im Grab jetzt eben konsumieren und so weiter. Nein, bitte nicht, ja. Auferstehung und Verklärung ist etwas anderes als Kompostierung. Pfarrer Thomas Maria Rimmel, Pater Karl Wallner, danke, dass Gott uns sie gibt. Wir brauchen Priester, die uns aufrütteln, mitreißen. Wäre es möglich, alle Getauften zum gemeinsamen Beten aufzurufen, dass Ostern alle am selben Tag feiern. Wenn wir das Gute wollen, ist Gott auf unserer Seite. Uns geht die Sonne nicht unter. Punkt, Punkt, Punkt. Pater Karl, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir Ostern verschiedentlich feiern, zum Beispiel im Blick auf die Orthodoxen und gibt es eine Perspektive, dass man ein gemeinsames Osterfest hätte? Ich fürchte nicht, ja. Es ist ein Problem, das wir seit dem vierten Jahrhundert schauen. Das war schon ein Problem des Ersten Ökumenischen Konzils, weil bestimmte Teile der damaligen Kirche, die ja nicht diese Geschlossenheit und Einheit hat, wie sie dann erst durch die modernen Verkehrsmittel entstanden ist und wo jede Kirche regional war und da gab es ja auch die Gruppe derer, die Ostern jetzt eben feiern wollten nach dem Datum und Christus ist gestorben am 14. Nisan nach jüdischer Zeitrechnung und 14 heißt Quarto Dezima und da gab es die Quarto Dezimana, die eben jetzt das unbedingt koppeln wollten mit dem jüdischen 14. Nisan und die Kirche hat gesagt, nein, für uns ist wichtiger, Christus ist am ersten Tag der jüdischen Woche, am Tag nach einem Sabbat auferstanden. Und deshalb ist für uns wichtig, dass wir Ostern immer an einem Tag nach dem Sabbat jetzt eben feiern und dass wir in der Chronologie jetzt eben bleiben. Am Rüsttag zum Sabbat, nicht, das ist der Freitag, stirbt Christus. Am Sabbat ruht er im Grab von der Erlösung aus, so wie der Schöpfer ausgeruht hat jetzt von der Schöpfung. Und am ersten Tag der jüdischen Woche, nicht, also in der Nacht, davor eben, ist die Auferstehung, beginnt die neue Schöpfung, gleichsam am achten Tag. Ja, also das ist das große Plus jetzt eben. Drum haben übrigens die Ambonen in den alten Kirchen, haben wir das Oktogon, ja, bei acht ist die Zahl der Auferstehung. Also nein, wird eher nicht sein. Papst Franziskus will es, die Orthodoxie hat, wir haben eine Zeitverschiebung, nicht, also die 1571 oder 1573 war, wo man dann eben den julianischen Kalender korrigiert hat. Der Papst hat damals im Westen die Autorität gehabt dazu. Der Osten, der getrennt war, hat nicht mitgemacht. Deshalb haben wir Zeitverschiebungen. Die heutige Festlegung ist, dass wir jetzt eben Ostern feiern am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Ja, also der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Heuer sehr spät, ja, also weil eben jetzt der Frühlingsvollmond kurz nach dem 21. März heuer gewesen ist. Und deshalb müssen wir jetzt eben warten und haben das mitten im April dann erst Ostern. Es kann aber auch umgekehrt sein, nicht, also dass zum Beispiel der Frühlingsvollmond dann am 19. März ist und dann hätten wir gleich danach jetzt eben Ostern auch sehr schön, dass es gekoppelt ist an den Vollmond, weil der Vollmond macht ja etwas. Also es hat schon eine, macht schon eine Stimmung auch, ja. Also dass gerade der Frühlingsvollmond der Ort ist oder die Zeit ist, wo wir dann die Auferstehung Christi jetzt eben feiern. Also der Mond macht was, ja. Also es ist einfach so, ja. Und deshalb ist da auch so eine krippelnde Stimmung auch dabei. Papst Franziskus hat vorgeschlagen, dass wir das doch am ersten Sonntag im April feiern könnten. Das wäre möglich. Dann hätte man eine jahrhundertelange Tradition verlassen. Wäre im Prinzip kein Problem, aber es hat nur einen Sinn, wenn alle mitmachen. Und das ist absolut nicht absehbar. Also wir sind zu viele Konfessionen und also das würde wahrscheinlich nichts bringen, wenn die Kirche hier vorpreschen würde. Deshalb bleiben wir bei unserer Tradition und leiden darunter, dass eben die orthodoxen, altorientalen Ostern an einem anderen Termin feiern. Wir haben gesprochen, Auferstehung durch das Kreuz. So könnte man unsere Sendung jetzt zusammenfassen. Entscheidend ist, dass man als österlicher Mensch lebt. Das ist das, was man vielleicht mitnehmen sollte von diesen Glaubensinhalten. Pater Karl, vielleicht könntest du das in ein Gebet hineinnehmen und dann auch den Segen erteilen. Herr Jesus Christus, danke für die Verheißung, dass wir, wenn wir durch die Schwelle des Todes gehen, das erleben dürfen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gedrungen ist. Dass aber Gott denen bereitet, die ihn lieben. Es ist bereits einer von den Toten auferstanden. Ich muss dem noch widersprechen, wo gesagt hat, es ist noch keiner zurückgekommen. Jesus Christus ist der Prototokos, der Erstgeborene der Toten. Er ist wahrhaft auferstanden. In ihm sind wir alle mitgenommen, eingeladen hinein in diese Auferstehung. Lass uns so leben, dass wir nicht bloß spekulieren, wie dann unsere Leiblichkeit nach dem Tod ist, sondern lass uns mit einer frohen Hoffnung durch die Schwelle auf diesen Punkt zugehen, der das eigentliche Ziel unseres Lebens ist. Die Auferstehung, die ewige Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch und stärke eure Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, für Ihre Fragen. Möge die liebe Gott Sie und Ihren Lieben beschützen. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund und Frieden. Frieden für die ganze Welt. Möge die Friedenskönigin ihren Mantel über alle Menschen breiten. Frieden für den